Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Skin-Update-Video. Und zwar seht ihr es gerade im Hintergrund, wer diese Begrüßung, wenn ihr Apex startet, vielleicht völlig übersehen hat. Es gibt gerade kostenlos, wenn ihr Twitch Prime habt oder es noch nicht habt, verknüpft ihr oder habt ihr Amazon Prime, könnt ihr kostenlos diesen Octane Skin bekommen. Ich finde den ultra geil. Zieht euch den einmal kurz hier bitte in groß rein. Ich finde den absolut schick. Ich kann den euch hier mal zeigen und drehe den mal so ein bisschen. Also für mich, das ist zwar nur ein seltener Skin, für mich sieht er aber eigentlich schon fast eher episch oder legendär aus, so ein bisschen von der Optik her. Was müsst ihr tun? Habt ihr Amazon Prime, könnt ihr Twitch Prime automatisch bekommen. Ihr müsst quasi euren Amazon Prime Account mit eurem Twitch Account verknüpfen. Dann braucht ihr noch einen EA Account, den ihr da verknüpfen müsst. Es ist ein bisschen umständlich. Wenn ihr das aber einmal erledigt habt, könnt ihr für PC, Xbox oder für die Playstation das Downloaden, installieren. Und der Skin gehört euch. Ich finde den Skin mega geil und es gibt, ich glaube, aller paar Monate so eine Aktion. Ich habe jetzt schon drei Skins leider verpasst, weil ich das immer übersehen habe. Ich werde euch aber jedes Mal, wenn ich das mitkriege, auch da auf dem Laufenden halten. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Morgen gibt es ein neues Video von mir. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.